ich auch also soll ich jetzt noch mal neu starten die 13 minuten ja und so sind wir erste folge erster tod so soll das sein ich bin gerade untergefallen habe noch zweieinhalb herzen und hier ist ein skeletten creeper und das ganze paket fehlt nur noch der angry zombie und eine spinne ich hab essen für dich gemacht ich hab da einen ofen gemacht machen wir jetzt eigentlich mit teleportieren oder ohne ohne ganz ohne gehen wir doch nördlich ich hatte voll viel muss mir wiederholen aus dem aus dem Westen muss ich mir das alles wiederholen sind noch 308 Meter komm Zeug, disconnecte nicht mehr die Spawne nicht also Essen war glaube ich auch schon in unserer letzten Session das Problem da am Anfang wir hatten Melonenfeld die Spawne nicht 8 also ich sehe hier keinen im Schneebion irgendwie er ist ja auch im Norden oder im Süden oder im Westen nein ich bin im Westen echt 100 200 Meter von meinem Tod das ist vor mir ein Berg über den ich so nicht rüberkomme bist du denn ganz am Rand gestorben ja zwischen dem Anadmium und dem Schneebion da wo das Wasser zugefroren ist da müsste ich gestorben werden aber das Eis sieht auch mal geil aus in dem Textverpack ich sehe dich ich sehe dich aber ich muss schnell zu meinem Tod spawnen weil sonst disconnectet mein Zeug und auch und ich darf ja nicht despawn despawn wo soll denn hier was sein also dein Zeug ich sehe nichts muss nicht sehr viel sein ich sehe nichts muss nicht sehr viel sein der hat sich schon Steinschwert gemacht was du nicht hast kann auch nicht begehen werden begangen ja das ist jetzt ja wo gehen wir hin Norden na sicher komm wir gehen jetzt in den Westen ich muss erstmal in den Westen ja im Westen ist aber kein Dungeon im Westen aber keine Ahnung ob da ein Dungeon ist im Norden schon ja endlich ja warte ja warte ich warte wenn ich sterbe dann möchte ich nicht alleine sterben ey meine Steinax fehlt hast du eine Steinax noch nie äh nur meine ich kann eine Steinax machen jetzt hier und kein Tamtam 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 ich kenne mich wieder an ich weiß nicht warum ach mein Gott er hat das F-Wort gesagt dann sehe ich schon wieder eine Ölquelle und Lava seht ihr die auch? einschweigen da hat sich vielleicht wieder jemand aus Versehen gemutet ja ich sehe es schon aber nur auf der Karte du hast doch mit mir Torten du redest schon von alleine genug du hast nochmal du hast eine ich weiß nicht du hast gemerkt du hast du hast du hast nicht gemerkt nicht das klassikal Rép um alle zu treuen wo seid ihr lang gegangen während ich nicht da war immer noch so da sind wir wieder das minecraft ist schon wieder abgestürzt ich weiß nicht warum ich weiß jetzt auch nicht wie weit das video geht also falls ich habe jetzt sechs eisen gefunden immerhin mehr kam noch nicht zustande ich überlege gerade wie ich mein haus um auch ja und dann mal gucken wie gut diese Aufnahme funktioniert ich hoffe die funktioniert jetzt wirklich mal wieder Teil hast du laufen? ja sehr gut dann hoffen wir auf eine gute spielzeit eine gute spielzeit lalalala kohle hatten das spannendste was es in minecraft gibt k ob sie die Anerkennung stimmt das ist fast noch spannender Spaß ja ne wie viele Hühner hier sind ja ne wie viele Hühner hier sind die ja na 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 So, wo zieh ich denn mal ein? Ne, so bescheiden bin ich jetzt auch nicht. Alles nur so kleine Wohnungen. Neben mir ist noch eine frei. Ne, also neben mir ist noch eine größere Wohnung frei. Okay. Dann guck ich da mal rein. Mein Inventor ist schon wieder voll. Schnell hier. Okay. Okay. Ne, hier ist schon jemand. Hier. Die. Oder hier ist so eine Ruhe, glaube ich. Hast du da wohl auch nichts zum Gebäude? Ne. 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 Okay, dann bin ich mal weg. So, gucken wir mal, wo wir uns jetzt hier schön graben. Lassen, werden, tun, treiben, handeln. Vielleicht sollte ich mir dafür mehr Spitzhacken machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also gleich wieder zurück. Kommt hier aber auch zum Mix. Ich habe nur Eisen, die kannst du haben. Ja, aber ich habe sonst nur einen Steinsberg Spitzhacker. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig für das Meinung. Ja, ich kann dir ein Eisen geben. Was ist das denn hier? Achso, guck, ich baue... Wo bist denn du? Ach, da hinten ist er. Wenn du wiederkommst in meiner Kiste, liegt eine Eisenpike. Ich baue einen Stack von diesem Dünger ab und dann passt das gut. Wie benutze ich eigentlich diesen Dünger? Keine Ahnung. Damit... Hier gab es noch mehr. Chopper ist das, glaube ich. Ja, Chopper. Ja, Chopper. Ja, Chopper. Braucht man bestimmt für irgendwas. Ja, und ansonsten... ... gehen wir mal wieder zurück. Ja, Chopper. Und da hat jemand geliefert. Aus unerklärlichen Gründen. Chopper, chopper, chopper. ich sehe gerade man kann ein item noch nicht herstellen das aber richtig ist darf ich es mir entschieden man kann es nicht herstellen es gibt kein rezept dafür das ist ein link modifier